Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival und ja, ihr habt jetzt leider ein paar Folgen verpasst, wo ich in der Mine Farmen war, weil ich schlauerweise das Mikrofon nicht entmutet habe. Das heißt, stumpfeln ist nicht so schön, auf jeden Fall als Video. Und deswegen dachte ich, sollte ich mich doch mal eben, muss ich das alles wieder neu aufnehmen. Das war doch eine ganze Menge, die ich aufgenommen hatte. Das ist mega ärgerlich. Ähm, ansonsten, genau, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Ähm, ja, können wir jetzt, ich weiß nicht, also was ich so gefarmt habe, waren fast zwei Stacks Kohle. Ähm, ähm, äh, ja, genau, ich nehme mal jetzt ein bisschen was mit für Fackeln eben noch. Und wir haben jetzt fast drei Stacks Eisen. Genau, Holz haben wir noch wenig, können wir gleich auch noch mal ein bisschen Fällen geben, sonst zwei, drei Stacks eben. Und dann, ähm, ja, auf jeden Fall, so, ja, es regnet. Wunderschön, ne? Schön dunkel. Ähm. Das Weizen ist auch schon wieder fertig. Zumindestens teilweise. Also, ich weiß auch nicht. Das zum Beispiel noch nicht, aber ist jetzt egal. Ich wollte nur ein bisschen was für die Queer eben zu füttern. Und die Sonne. Oh, ist das schön. Wenn die Sonne mal wieder scheint, wenn es so lange, wenn es geegnet hat. Das ist echt wunderhübsch. Hübsch. Ähm. Natürlich habe ich wieder Seeds über. Wie immer eigentlich. Okay, auch fertig. Auch fertig. Auch fertig. Auch fertig. Zack, zack, zack. Passt schon. Das heißt nur, dass ich prinzipiell noch mehr Seeds über habe. Aber passt schon. Ähm. Oh. Ah, die waren noch nicht fertig. Aber passt. Ist jetzt nicht so relevant, wenn ich. Ähm. Ah, komm. Zack, zack, zack. Zack. Und auf jeden Fall genug Weizen für die ganzen Kühe. Ähm. Ah. Genau, einer reicht mir schon. Den baue ich mal da hin. Und das hier ist ja erstmal so eine... baumfreie Zone prinzipiell. Wir hatten hier... Wow, ich glaube, der Baum ist einfach nur so kruppelgewachsen. Hallo. Äh, falscher. Ups. Ja, sehr schön. Mu, mu, mu. Wir mögen alle Kuh. So. Ähm. Ja, sehr schön. So. Hop, 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 hop. Wer hat noch nicht... Wer will noch mal. Oh, du bist über... Das ist aber traurig. Okay, langsam wird's schon voller. Ähm. Sehr gut. Ja, die würde ich auf jeden Fall gerne da oben behalten. Und dann... Oh, wie gesagt. Mach ich mal ein bisschen auf Holzfäller. Habe ich noch welche über? Ne, ich hab die alle da unten verbraten. Wieso? Na egal. So. Und... Ja genau, die nehme ich auf jeden Fall mit. Mach ich nämlich jetzt in Zukunft mal. Weil ich glaube, das ist schlauer. Ach, da kommt genau das geflogen, was ich haben wollte. Ähm. Das Weizen kann ich eben wegfahren. So. Oh, Schande. Das ist ein großer Baum. Ne, ne. So einen großen Baum will ich gar nicht. Ich hab vorhin nämlich gesagt. So. So. Ja, bomben wir hier im Wald. Passt schon. Hier stehen doch relativ viele Fackern, ne? Ich beleuchte mal ein bisschen die Küste. Und ich nicht zwingen möchte, dass hier so nahe in der Nähe von meinem Hausmonster spawnen. Aber. Hack den Baum weg. Sehr gut. Ich hab schon wieder keine Setzlinge. Irgendwie so. Ja, komm. Da ist er doch bedroppt. Genau, dass wir sie verliebt haben. Das weißt ihn jetzt prinzipiell. Ja. 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 Soh. nicht gut da will ich gar nicht unter bisschen beleuchtung kann nicht so haben wir mal gucken was wir morgen machen so ein bisschen holz mehr brauche ich momentan nicht ich war immer nur das was ich brauche ja komm ja okay 25 brote sind schon mal ganz gut demnächst kommen noch steaks dazu also drin das text und dann passt das schon immerhin ist es hier drin schon fast schon steaks und zehn bäume immerhin schon wieder eichensetzlinge passt schon und 22 oh gut also völlig in ordnung 22 hier habe ich noch im start ich werfe wild mit wackeln um ihn ich gehe erst mal schlafen ja da habe ich versucht zu schlafen und ich dachte es ist nachts weil es geregnet hat und so verdammt dunkel war ich weiß was ich wieder machen natürlich clayt war meine lieblingsaufgaben das ist auch interessant mit den hallo skeletti ja ist ja gut warte eben anders gelett du bist ja da hinterm baum hey du wirst gar nicht unfall oder hier bekomme ich die pilze also her die normalen ey wieso kannst du schießen du arsch jetzt nicht mehr irgendwie habe ich jedes mal das gefühl der sumpf sieht anders aus sehr gut guten tag so langsam habe ich alles hier weggelutscht ah ne quatsch ok bei weitem noch nicht clay hat es hier wie sand am meer clay hat es im sumpf wie sand am meer genau das ist irgendwie liegt glaube ich am shader das dauert irgendwie manchmal ah ja gut hier gibt es auf jeden fall genug dörfer ich weiß gar nicht wie viel ich schon habe aber so mega viel brauche ich eigentlich gar nicht mehr aber das ist ja prinzipiell schon fast fertig also wieso farme ich so viel keine ahnung ok ich glaube ich beschließe jetzt mal dass das reicht wenn das hier wirklich ist oder beschließe ich das weiß ich noch gar nicht ich beschließe dass es reicht wenn das hier wirklich ist ja komm mach wow ok mal eben eine neue schaufel hier noch genug dabei passt schon ich habe irgendwie immer das gefühl dass wenn man mit einer eisenschaufel das da rausholt dass es irgendwie immer mehr gibt als mit einer steinschaufel kann natürlich sein aber ich weiß jetzt nicht da hinten müsste ich wohnen da sieht man zumindest ein paar fackeln von dem haus ja passt schon bauzen wir mal ein bisschen aber nur kurz so über wasser das sieht gar nicht schlecht aus die rückseite oder geht sogar von den naja nicht so mega ansprechend aber ist schon ok auf jeden fall eine türe in großem also wir wollen glaube ich türen in großem stil ok das bringt nichts die halb stack weise da rein zu tun der spiele und 16 aber so ohne blaue orchidee und monster loot also wollte ich das gehe ich das eben weg kann in blaue orchidee habe ich noch nicht gehabt krass und in monster loot so fertig zwölf knochen da könnte ich mal bonnet von machen egal passt schon ja das brennt so langsam den clay runter ich weiß nicht ob die kohle hier drin reicht ehrlich gesagt muss eigentlich nochmal kohlefarben gehen ähm ähm gehen wir wieder in die mino oder ich erweitere glaube ich nächste folge einfach das feld oder jetzt wenn ich gerade Zeit habe ähm so kann man so kann man vielleicht finde ich dabei eher kohle kann natürlich sein äh immer ein bisschen holz mitnehmen kann ja auch nicht schaden so hm 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 irgendwie allzu krass erweitern kann ich ja nicht weil hier blöde steine sind ah gut aber dort habe ich genug um hier einfach auszutauschen ne aber trotzdem hallo zombie hm hm ja ich brauche vielleicht noch einen in den Berg einfach weil ich es kann einfach weil ich es kann oder ja mh hm 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 ja ja kollege ist là wird nicht das maul jetzt muss ich vorbeikommen das weißt du kann natürlich echt voll die kluge idee wo eisen hallo wie viel gravel habe ich denn dabei ein 1 hat na cool auf jeden fall mega nice ok ich gehe gleich gravel wohin glaube ich hier sind noch zwei genau weil meine grundidee ist hier jetzt einfach die mine reinzubauen das feld so und dann geht hier geht hier so ein schmaler weg lang aha mache ich den zweibreit ja wird zu schmal darf der ja auch nicht sein du 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 und hier ist dann auf jeden fall am ende und hier ist dann auf jeden fall am ende na ja das sieht es klar weil es sonst zu dunkel ist glaube ich in zeit genau so wie ich hier und hier noch allerdings kommt die wand ja noch raus ja genau sehr gut ja genau das sage ich dazu auch das hinten Ja genau das sage ich dazu auch Mr. Zombie Ah Spitzlein habe ich ja genug dabei, passt zu. Ha, jetzt kann ich hier von dem Graniträum setzen. Ist ja eigentlich sowieso egal. Zack, 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 zack. Ich bin gerade irgendwie etwas schweigsam, sorry. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Komm. So, zack, zack. Jetzt habe ich auch keine Fackeln mehr. Wow. Okay, hier sitzt alle ein bisschen zu tief. Genau. Habe ich den 2 bereit und verbreite das Feld noch um. Habe ich die hole? Egal. Ja, die habe ich gar nicht dabei. Aber durch diese Bauaktion würde ich sagen, ist es schon wieder Ende der Folge. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.